so ich bin gerade in der weserwehr angekommen und ich habe mich mit ihnen hier getroffen mit hike und biketime und wir laufen jetzt zu dieser stelle hin wo ich schon mal gepennt habe aber in umwegeform leute ich möchte euch was ganz wichtiges erzählen und zwar gänseblümchen sind geil das könnt ihr alle mal probiert das hier das sind diese biester die hier meine ganzen wie heißt das dick noch mal hat schigeräusche genau verursachen die sind schuld und sonst niemand wir sind gerade hier auf dieser verschmierten brücke drauf wo ich schon mal hier runter gesprungen bin guck mal hier vorne sind urin farbige stühle und wir haben hier ein zuschauer getroffen und später grillen mit grillfleisch und gewürzt ketchup und baguette kräuter baguette und kartoffelsalat guck mal ich möchte euch alle bescheid sagen das ist so ein richtiger insekt bin und durch meine zahnlücke passen nippel durch er ist nicht abgehoben er ist wirklich stabil also ich war das wirklich will talk ich habe das erste mal richtig live gesehen ich bin richtig instabil guck mal leute währenddessen die anderen natürliche ausscheidung machen möchte ich euch diese erdbeerbrücke zeigen da werden wir jetzt drunter durchlaufen gehen guck mal wir sind hier unter dieser brücke unter durchgelaufen ich habe da vorne auf diesen see genau das hier gemacht das ist lebensqualität das müsst ihr auf jeden fall machen so ich habe gerade ich ja fleisch drauf gemacht und jetzt prüfen wie stark das verbrennen tut guck euch mal an wie dieser fleisch hier gebraten wird das ist richtig geil guck mal hier da ist schon schwarz dran das ist richtig geil ich habe falsche umdrehung gemacht grillen ist geil auf jeden fall so fressen ist fertig komplett im mund macht er echt wir haben gerade gefressen er pendelt hier hier rum er ist im hauptschlaf mein gehirn schwappt rum und es regnet gerade wir haben hier gepennt unter diesen taf es gewittert hört ihr das es regnet strömen guck mal leute kennt ihr dieses loch hier vorne durch dieses loch sind flüssigkeiten rausgespritzt und hat ihn hier voll voll getropft das hat ihn nass gemacht das war richtig penetrant das war richtig nervig dieser loch guckt euch mal diese affenpocken hier vorne an das heißt die koffein herstellung die ist abgeschlossen jetzt wird koffein getrunken ich bin ein richtiger einzeller guck mal leute hier vorne ist eine stange auf dieser stange habe ich schon mal ein bierpaar fehl gemacht das sieht so aus ich grüße da bin ich runter gefreut weil diese stange hier es ist keine bierpaar stange die ist zu schief dafür und deswegen bin ich da runter gefreut und aus keinen anderen grund ich habe gerade genießt so ich habe die ganzen leeren bierflaschen und diese dosen für pfandflaschen sammler hierhin gestellt und und hier und hier habe ich den rest reingemacht und diese pfanddose die rollt hier weg die ist richtig widerlich das ist ein richtiger insekt der ist richtig widerlich komm her komm zurück zu mir